Warum tun sich so viele deutsche Männer Frauen aus dem Ausland holen? Ihr seht es doch, Leute, so viele Deutsche holen sich eine Osteuropäerin, eine Russin, eine Südamerikanerin, eine Brasilianerin. Warum? Ja ganz einfach, weil sie weiblicher sind. Männer wollen weibliche Frauen. Männer haben gar nicht diese riesenhohen Ansprüche an Frauen, wie man immer denkt. Als Mann hat man gar nicht den Anspruch, dass die Frau brutal ehrgeizig sein muss, den IQ von 180 haben muss, 100.000 Euro bedienen muss, im Topmodel sein muss. Männer haben all diese Ansprüche gar nicht. Männer wollen einfach nur eine Frau, die sich fit hält, die sich gesund hält, die nett ist, die weiblich ist und die auch wirklich weibliche Attribute und weibliche Rollen mit sich bringt und auch auswirkt. Die auch mal kochen kann, die den Haushalt zusammenhält, die Kinder haben möchte, die die Kinder auch großziehen möchte, die dem Mann nicht die ganze Zeit irgendwelche Ansagen oder Stress machen will. Weil es ist gar nicht wirklich so viel belangt. Es ist gar nicht wirklich so viel belangt.